Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, dass das, was ich auf der Faust habe, ist ein Weißkopfsealer, würden Sie das glauben? Wenn Sie jetzt ein junger Weißkopfsealer, verfahren Sie sich erst mit 16 Jahren, verfahren Sie sich, dass Sie hier Altersspieler nachhaben. Und Achtung, das ist so viele Kinder. Man sieht in dem Film, wo die Lachsejagd, die Weißkopfse sind daneben und die irgendwie ein bisschen vom Fisch, aber hier macht es auch mal einen Küken, mal eine Ratte. Und ich bin in der Tat auf. Oh, was haben wir sehen. Kaninchen wäre doch in uns was.